Sagt's wieder, ein neuer Gast dabei. Moin. Übrigens, gestern ist ein hochinteressantes Schiff da vorbeigefahren. Da hoffe ich heute einen Film davor gemacht. Und zwar, das war ein Laborschiff. Das Laborschiff war damals bei der Havarie in St. Goa eingesetzt. Morgen hatten wir Wasserpegel Worms bei 129 cm. Du hast gekocht? Ja Mo, ich hab die Seemänner drin. Ist dein Vater auch dabei beim Singen? Ja, das ist interessant. Da merkst du halt immer, wenn die im Saal gesungen hatten, wie in der Kirsch, da sind die Stimmen noch ganz anders da rübergekommen, als dann zum See hin. Aber was sich da auch verändert hat, das ist schon Wahnsinn. In den paar Jahren. Das ist wohl, in den paar Jahren. Das ist wohl. Mach's gut. Hier kommt das Frachtschiff Amaranthus, bergwärts gefahren. Das schöne Schiff ist 110 Meter lang und 12 Meter breit und fährt unter niederländischer Flagge. Das schöne Schiff fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,6 Knoten. Das entspricht 10,371 Kilometer in der Stunde. Musik Video Musik Musik Danke fürs Zusehen und Zuhören, bleibt alle gesund und Tschüss.